Herzlich Willkommen beim OptiGriller. Heute machen wir Hotdog Wraps und dazu wird der OptiGrill im Sandwich Modus vorgeheizt. Dann nehmen wir jeweils ein Würstchen in den Wrap rein, machen dann etwas von meiner selbstgemachten Soße drauf. Das Rezept zu der Soße werde ich unten in die Beschreibung schreiben. Die Soße schmeckt in etwa so wie die Soße, die auf dem Big Mac drauf ist. Auch den zweiten Wrap machen wir fertig und dann schneide ich noch etwas vom Cheddar drauf und was natürlich auch sehr gut dazu passt sind Gewürzgurken. Die schneide ich vorher klein in Würfel. Die kommen dann da rein. Dann noch etwas Cheddar. Und fertig ist die Füllung. Wir machen noch etwas Ketchup dazu. Wer will kann auch noch etwas Senf reinmachen, wobei das in der Soße eigentlich schon enthalten ist. Dann kommt die Falttechnik. Wir falten seitlich in die Mitte und dann von unten über die Wurst rüber. Und dann zieht man das Ganze etwas ran und rollt das einmal rum. So ist es komplett geschlossen. Dann das zweite. Wieder die Seiten hochklappen. Unten auch hochklappen. Und dann einmal rumdrehen. Dann legen wir diese Wraps in den fertig vorgehalsten Optikrell. Und dann warten wir ab, bis die Stufe Rot erreicht ist. Fertig ist der Optikrell. Dann öffnen wir ihn, sehen unsere Wraps, die von außen ein schönes Grillmuster wieder bekommen. Nehmen wir sie mit unserem Holzkochlöffel runter, dass wir uns nicht verbrennen. Und nun sehen wir die fertigen Wraps. Die schneiden wir natürlich auch nochmal durch, damit man nochmal sehen kann, wie es innen aussieht. Wie man sieht, der Käse ist komplett geschmolzen. Und das sieht sehr, sehr lecker aus und hat auch sehr, sehr gut geschmeckt. Natürlich kann man jetzt noch andere Sachen in die Füllung reinmachen. Da ist einem der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder wenn ihr vielleicht noch ein weiteres Video anschaut. Viel Spaß dabei!